Wir haben es endlich geschafft, wir haben die Minen hier entdeckt und ich werde mal weitersuchen. Ihr seht hier die Minen, aber es hat hier noch mehr. Ich weiss ehrlich gesagt nicht, was wir mit den Minen tun sollen, weil ich habe es oft schon mal versucht, die auf die Strasse zu legen, um die gegnerischen Fahrzeuge, die da immer durchfahren, aufzuhalten. Aber nicht funktioniert, deshalb gehe ich davon aus, dass es hier so Tretminen sind, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe keinen Bock. Ja, ich habe keinen Bock, da kommen sie ja schon wieder, ich habe keinen Bock, da mit den Tretminen zu arbeiten. Ja genau, den auch noch bitte. Ja, ich glaube, das sollten wir noch schaffen. Ja, komm, die behalten wir mal. Also, und jetzt speichern. Ähm, speichern? Jo. So, das Spiel stürzt hier relativ viel ab, aber da man speichern kann, ist es nicht ganz so schlimm wie bei den Spielen, die ich, äh, ja, neulich gespielt habe, da der Part und so. Und jetzt geht es nämlich ans Eingemachte, denn wenn wir hier auf der Karte schauen, wir haben, äh, abgestürztes Flugzeug, hä? Habe ich das überhaupt gesehen? Okay, im Schießstand sind wir jetzt. Wo ist denn das abgestürzte Flugzeug gelangt? Und jetzt, äh, den feindlichen Kommandeur lebend ergreifen. Und, ähm, da erhalten wir Tipps. Sie finden den örtlichen Kommandanten im Tempel, sie finden ihn auf dem Weg in das Dorf, gehen sie den Wachen aus dem Weg und eliminieren sie sie, aber eine Eliminierung reduziert ihre Punktzahl bei erfolgreichem Abschiedseinsatzes. Aha. Click on the useful objects icon. You should search the area for several useful objects. You might be able to get your hands on an enemy. Some closets are big enough for your people to hide it. Clicking on the icon, which, with this equipment, you can head to the temple, where your medic will have to give a shot of sedatives to the Soviet officer. There's only one officer in there, and you should not have any difficulty to identify them. Okay. 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 Da ist also schon mal was drin. Okay. Das ist noch cool. Also muss man nicht jedes Gebäude rumstöbern und schauen, ob man was findet, sondern, ah hier ist was ganz wichtiges scheinbar. Was ist das hier? Ah, ein Ekadukt. Gut, äh, dann sollten wir also mal in dieses Gebäude und wie gelangen wir dorthin? Also, die einzige Möglichkeit ist, dass wir müssen sowieso mal schauen, dass wir hier... da tief in den wald hinein und genau ich glaube hier werden eingangspunkt wieder speichern so save early save often wie schon der gute alte erlo gesagt hat und jetzt müssen wir irgendwie rein wie kommen wir hier rein also hier hin das sollte ja eigentlich nicht ja kaum gesagt schon ist das spiel abgestürzt aber eben wie der gute alte erlo schon sagte save early save often und nun werde ich mich mal versuchen an diesen leuten vorbeizuschleichen und zwar mit dem koreaner dass der mal irgendwie die munition die munition die uniform bekommt dabei von einer uniform die rede schleiche mich jetzt einfach mal hier durch hier sollte uns ja niemand sehen wenn der nach oben geht kann ich hier schön vorbeischleichen hier unten ist niemand gehe ich mal hier in das gebäude rein oder ist da einer drin wieder speichern der andere läuft gerade nach oben das ist der ideale zeitpunkt so jetzt schnell 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 jetzt mal schauen in das gebäude oh shit da war einer den habe ich nicht gesehen okay gut den habe ich beim besten willen nicht gesehen also habe schon ziemlich viele spielstände die sollte ich dann glaube auch mal wieder löschen so wo stand der typ hier steht der wie komme ich an dem vorbei ah ich habe eine idee hier rein sollte den vielleicht ausschalten das kann ich ja gar nicht weil die beobachten den ja oder mhm kriky situation dem komme ich auch nicht aber doch noch klar komme ich zu dem aber dann müsste ich alles hier oben rum würde eigentlich gehen aber ich glaube ich bin schon zu spät ich müsste quasi hier oben rum und dann hier irgendwie mal warte kommen ich versuche es einfach mal kann ja nicht mehr als schief gehen obwohl ich dachte einer hätte noch ein wurfmesser wer war das der das wurfmesser wäre natürlich jetzt ganz cool ich glaube ich versuche es einfach mal und jetzt kommt gerade der andere zurück es ist nicht der ideale zeitpunkt obwohl ich das glaube ich bin deswegen so kommt dreh dich um junge wir Sieht er mich schon? Wunderbar. Oh nein, da ist einer, da ist einer. Oh, fuck. Oh. Hätte ich nicht gedacht, dass da einer steht. Naja. Ähm, wo waren wir hier, ha? Ah, sorry. War jetzt ein bisschen dumm von mir, aber ich weiss jetzt, dass da einer steht und ich werde mal in die andere Richtung gehen. Aber da hat es wirklich noch viele Wachen und die sind wirklich gut get... Ja, ja, das Spiel stürzt mir ein bisschen zu häufig ab. Ich hoffe, dass sich das dann irgendwie in der Zeit noch bessert, weil sonst wird das nicht so witzig. Ich meine, für euch ist es ja nicht so schlimm, weil ich werde das alles schön zusammenschneiden und so, aber naja. Ähm, aufnehmen bitte. Ah, das geht ja mit... Hä? I'm on my way. Where should I dispose him? So, jetzt. I understand, sir. I shall take care of it. Ich hoffe, da steht niemand. I'm on my way. I shall take care of it. Puh, riskant, was ich jetzt gemacht habe. Ich speichere zur Sicherheit. Jetzt mal schauen. Oh je, gerade noch aufgefangen, das Mikro. Ah, ist immer wieder so eng hier. Ähm. Wo stehen denn hier Leute? Hier steht ja gar niemand, okay. Hier komme ich jetzt in das Haus rein, hier. Ah, jetzt. Hier ist zum Glück auch niemand. Okay, gut. Jetzt kann ich mal hier... Ich kann mich hier drin verstecken, na wunderbar. Okay, gut. Hab mich versteckt, ich möchte sie da... So, ich habe jetzt mal den Jetboost aktiviert. Ich hoffe, es geht jetzt besser mit, äh... Ja, von wegen Abstürzen und so. Also, im Schrank waren wir ja. Und jetzt möchte ich gerne noch schauen, was sich hier im grünen Bereich befindet. Eine Uniform wäre ja schon mal was. Ist irgendwie die neueste Ausgabe des Playboys. Münzen, feindliche Uniform, Offizier, feindliche Uniform, Soldat. Ja, ich ziehe natürlich sofort mal die an. Münzen sind auch immer gut. Und den Playboy nehmen wir auch gleich mit. Ja, es gab... Je nachdem vielleicht sogar etwas anderes als den Playboy. Oh, ich muss mich jetzt hier verstecken. Sofort verstecken, 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 verstecken. Oh, ich muss mich jetzt hier aufpassen. Bin ich schon wieder? Hilfe, wo bin ich? Ah, hier. Ist der Typ jetzt weg? Okay. Gut, der Typ ist weg, ich kann wieder raus. Kann ich das irgendwie, ich möchte das deaktivieren, so. Kann ich jetzt irgendwie die Uniform anziehen oder hat er die schon an? So, seid ihr angezogen? Gut, das heisst, jetzt kann ich mich also frei bewegen. Okay, die tun mir aber nichts. Und jetzt sieht es mit dem feindlichen Ratgeber aus, da werde ich jetzt aber vorhin nochmal schnell speichern. Okay, der sieht mich, aber der erkennt mich auch nicht als... I'm going quietly out of my skull. Jetzt gehe ich mal hier rein und schauen, ob hier noch was interessantes ist. Irgendwo sollte doch dann noch so eine Art Betäubungsmittel oder Betäubungsspritze oder so sein. Hä? Wo war das? Ich glaube hier drin muss ich den Typen dann betäuben. Ich glaube hier drin muss ich den Typen dann betäuben.